Musik Handelsrat Mag. Alexander Petschnig berichtete über die Ergebnisse der Qualitätsoffensive 2.0. Dabei ging es um Förderungen für kleine und mittlere Beherbergungsbetriebe im Burgenland. Mit einer 40-prozentigen Förderung für Verbesserungen wurde dabei weit über das normale Ausmaß der Förderungen hinausgegangen. Guten Morgen meine sehr guten Damen und Herren von der Presse. Ich darf Sie herzlich begrüßen zu unserer heutigen Pressekonferenz. Wieder an meiner Seite bewertet haben wir hierher Franz Keim von der WIBUG, der zuständige Abteilungsleiter für die Tourismusförderung. Wir dürfen heute Bericht ablegen über die Qualitätsinitiative 2.0. Kurz zur Erinnerung, das war jene Aktion vom 1. Dezember bis 30. April 2017, wo es um kleine und mittlere Beherbergungsbetriebe ging, gewerbliche Betriebe, das heißt zwischen 11 und 30 Zimmern. Es war wie bisher schon ein Fördersatz von 40% ausgelobt, das heißt wir sind deutlich über die konventionelle Investitionsförderung hinausgegangen. Details wird, wie gesagt, der Herr Keim dann Ihnen vorstellen. Vielleicht ganz kurz, es sind 30 Einträge, glaube ich, gewesen. Zwei mussten außer Evidenz genommen werden, weil gewisse Kriterien nicht erfüllt waren, das heißt 28 Anträge. Gesamtkosten von etwas über 1,9 Millionen Euro und eine Förderhöhe von 655.000 Euro wurde ausgelöst. Das heißt, wir haben also Gesamtinvestitionskosten, die natürlich unter den entsprechenden Kriterien auch im Burgenland, über Umwegrentabilität dann investiert worden von rund 2,7 Millionen Euro und das ist, glaube ich, schon ein sehr schöner Erfolg über das Winterhalbjahr, das ja im Bauernbau-Nebengewerbe üblicherweise ja eine, sagen wir, saure Gurkenzeit ist. Und daher ist es natürlich sehr, sehr erfreulich, wenn wir gemeinsam mit Aktionen wie dem Häuslbauer Bonus entsprechend auch hier aus dem Tourismus die entsprechenden Förderaktionen entsprechend flankierend aufstellen. Vielleicht noch ganz kurz, die Bezirke, die natürlich am stärksten ausgenutzt haben, sind wie der Eisenstadt und Neusiedler. Das heißt, man hat auch ein Neusiedler sein. Und was mich persönlich freut, genauer ist dann, wie gesagt, vom Herrn Klein, ist, dass der Bezirk Jenerstorf diesmal zugeschlagen hat, wo diese Betriebe natürlich eine maßgebliche Größe sind. Das heißt, da gibt es wenig sehr, sehr große Hotels, da gibt es eben viele in dieser Größe. Und das hier ordentlich investiert worden ist, freut mich außerordentlich und das möchte ich auch entsprechend ausdrücken. Als Konklusio, Qualität ist ein wichtiger Teil der Strategie im Burgenland Tourismus. Qualität ist ein Schlüssel zu Erfolg, ist ein Weg zur Gästebindung. Man möchte auswärts zumindest gleich gut schlafen wie zu Hause, wenn nicht sogar besser und entsprechende Service genießen. Daher ist es wichtig, dass hier Geld in die Hand genommen wird. Dass die Unternehmerinnen und Unternehmer auch das entsprechende Risiko tragen. Wir nehmen ihnen einen Teil über die Förderung ab. Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir hier entsprechend an einem Stand sind, um das Burgenland auch in qualitativer Hinsicht nach vorne zu bringen. Und zu guter Letzt, Qualität schlägt sich natürlich üblicherweise auch in höheren Preisen nieder. Preisdurchsetzung wird besser und wird erleichtert. Auch ein Thema, das im Burgenland natürlich nicht zu vernachlässigen ist. Ich glaube, wir müssen wegkommen von dieser Tiefspreis- oder Billigpreis-Destination und Hinkommen zu einer wirklich der entsprechenden Wertschätzung unserer Produkte und unserer Dienstleistungen und entsprechenden Preisgestaltung. Und auch hier sind die Qualitätsinitiativen natürlich ein Schlüssel zu Erfolg. Und ich darf jetzt dem Herrn Kein das Wort geben für die detaillierbare Ausführung. Die Abwicklung dieser Sonderförderungsaktion Qualitätsinitiative 2017 erfolgt über die Wirtschaft Burgenland GmbH. Herr Landesrat Petschneck hat für diese Aktion ein Budget von 800.000 Euro zur Verfügung gestellt. Ziel dieser Förderungsaktion ist die Qualitätsverbesserung des Angebotes im Bereich der kleinen und mittelgroßen gewerblichen Beherbergungsbetriebe. Gerichtet war diese Aktion an Betriebe mit mindestens 11, maximal 30 Zimmern oder Ferienwohnungen. Als Förderhöhe war ein Fördersatz von 40 Prozent festgelegt. Bei der Förderung, bei den förderbaren Vorhaben gibt es drei Schwerpunkte. Zum einen die Klimatisierung der Gästezimmer. Dann die Neueinrichtung der Gästezimmer und das dritte Schwerpunkt, die Erneuerung der Sanitärräume in den zugehörigen Gästezimmern. Anträge in dieser Aktion konnten vom 1.12.2016 bis 30.04.2017 eingebracht werden. Der aktuelle Umsetzungsstand sieht folgendermaßen aus. Es wurden insgesamt 30 Förderanträge bei der WIB Wirtschaft Burgenland eingebracht. 11, das Wohnen, sind bereits genehmigt. 17 sind in Bearbeitung und 2 wurden aus Evidenz genommen. Die Förderhöhe für die 28 positiven Förderanträge wird rund 652.000 Euro betragen. Einige Details zu diesem Förderbahnvorhaben. Es wurden in insgesamt 264 Zimmern eine Klimaanlage eingebaut. 80 Zimmer wurden komplett neu eingerichtet und 22 Zimmer wurden mit neuen Bädern ausgestattet. Alle 28 Antragsteller oder Förderwerber insgesamt miteinander haben rund 1.200 Betten und lukrieren im Jahr rund 120.000 Mächtigungen. Bezirksmäßig die Aufteilung Eisenstadt und Neusiedel am See. Schwerpunktmäßig Neusiedel, die Gemeinden rund um den Neusiedlersee. Wir haben 16 Anträge miteinander. Jewells 8, Eisenstadt 8, Neusiedel 8, Oberpullendorf 3, Oberwart 3 und Jenersdorf 6. Jo, das war's grundsätzlich.